Hallihallo und herzlich willkommen hier im Autoladen Dresden. Mein Name ist Tobi und ich stelle euch heute diesen Ford Ranger Wildtrack vor. Das Fahrzeug kommt aus dem Jahr 2020, steht bei uns auf dem Hof mit circa 70.500 Kilometern auf der Uhr und trägt die Farbe Orange. Vordergründig geht es in diesem Video um den Zustand des Fahrzeugs, weniger um die Ausstattung. Deswegen gehen wir einfach mal eine Runde drumherum ums Auto, schauen uns alles ein bisschen an. Gucken mal ob wir was sehen. Gehen nur auf ein paar Ausstellungsdetails ein. Wie ich sehe noch einen Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer sowie PDCs an der Front. Wir haben Alterand Reifen. Biturbo Wildtrack Edition. Wirklich sehr schönes Fahrzeug. Schauen wir mal ins Fahrzeug rein. Da haben wir dann Fenstreiber mit Fensterautomatik, Lichtautomatik, Bordcomputer, Multifunktions-Sportlenkrad, Infotainment System mit Navi in Kartendarstellung. Wildtrack Edition bedeutet wieder die schönen Schriftzüge im Ledersessel. Wirklich sehr schön. Alles noch sehr gepflegt hier am Fahrzeug. Leichte Gebrauchsspur kann das Fahrzeug natürlich aufweisen. Aber es ist wirklich noch ein sehr schöner Zustand. Im Fahrzeug riecht es nicht nach Rauch. Was auch immer schon mal sehr gut ist. Ich rieche jetzt auch kein Hund oder Katze oder einen Mörder im Auto oder Dachs. Was auch immer man in diesem Auto transportieren kann. Wirklich auch die Rücksitzbank sehr gepflegt. Sehr schön. Ich finde das mit diesen Grobstahlbereifungen wirklich sehr schön. Anhängerkupplung haben wir dran. PDCs am Heck. Eine Rückfahrkamera. Schöne große Ladefläche. Auch hier wirklich sehr schöner Zustand noch am Fahrzeug. Und wenn ihr noch wissen wollt, was der Kollege hier so kann, dann klickt ihr einfach auf den Link unterhalb von dem Video. Da kommt ihr zur Fahrzeugbeschreibung. Da könnt ihr euch alles noch mal ganz genau durchlesen, was der Kollege hier so kann. Oder ihr kommt einfach vorbei. Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Oder am Samstag von 10 bis 18 Uhr. Macht euch dafür am besten einen Termin, damit wir euch einen Verkäufer an die Seite stellen können, der mit euch alle Fragen zum Fahrzeug klärt und beantwortet. Und euch gegebenenfalls auch gleich die roten Kennzeichen reservieren kann. Gerne nehmen wir auch wie immer euren Gebrauchten in Zahlung. Und auch hier gilt wieder optionale Gebrauchwagengarantie bis zu drei Jahre. Sprecht uns gerne darauf an. Dann bedanke ich mich schon wieder bei euch fürs Zuhören. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.